Hallo zusammen, ich begrüße euch zur nächsten Programmvorschau, heute am 23.03.2024. Ja, in Deutschland gibt es wirklich ein wahres Bevölkerungswunder. Darum geht es natürlich auch wieder um einige andere Sachen. Am Schluss, gut, mal wieder knapp 15 Minuten auch den Mr. Wissen2Go. Da geht es um den Olaf Scholz, um seine Beliebtheit. Kann man sich angucken, muss man nicht, kann man auch gerne überspringen. Gar keine Sache. Aber sonst denke ich, ist es wieder ganz nett geworden, anzuschauen bei VK Bitchute Odyssey. Getrailert bei Rumble und dreimal YouTube. Und wer ein bisschen Zeit hat, sehr gerne. Dann bis gleich vielleicht. Macht's gut. Tschaui.